Herzlich Willkommen zu einem kurzen Überblick, in welchen interdisziplinären Datenbanken Sie nach elektronischen Zeitschriften und Artikeln suchen können. Starten Sie Ihre Suche im Bibliotheksportal Primo, um herauszufinden, ob die gesuchte Literatur von der Freien Universität angeboten wird. Es stehen zwei unterschiedliche Suchbereiche zur Verfügung. Sollten Sie den gewünschten Zeitschriftentitel nicht im Bibliotheksportal Primo finden, können Sie in zwei überregionalen Datenbanken feststellen, welche deutschen Bibliotheken die gesuchte Zeitschrift anbieten. Sie können dann die Bibliothek persönlich aufsuchen oder eine Fernleihbestellung aufgeben. Finden Sie im Bibliotheksportal Primo nicht den gesuchten Artikel oder nicht das Richtige zu Ihrem Thema, stehen Ihnen mehrere interdisziplinäre Volltextdatenbanken zur weiteren Recherche zur Verfügung. Diese Datenbanken haben unterschiedliche fachliche Schwerpunkte. Academic One File bietet ein breites Fächerspektrum an. Die Internationale Bibliothek der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur, kurz EBZ, beschränkt sich auf Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Datenbank JSTOR umfasst alle Disziplinen, während Project Muse nur geistes- und sozialwissenschaftliche Literatur enthält. Das Web of Science deckt mit seinen drei Teildatenbanken Science Citation Index, Social Sciences Citation Index und Arts and Humanities Citation Index alle Fachdisziplinen ab. Zusätzlich werden Zitierhäufigkeiten angezeigt und zitationsbasierte statistische Auswertungen angeboten. Um Missverständnissen und Enttäuschungen vorzubeugen, hier noch diese Hinweise. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!